Ich präsentiere euch heute mein Instrument, die Trompete. Es ist ein Blasinstrument, genau genommen ein Goldblasinstrument. Die Lippen erzeugen die Töne. Wenn ich jetzt einen Ton spiele, kann ich ihn höher machen, ohne etwas anderes zu greifen. Wie zum Beispiel. Diese Ventile sind nur da, etwas anderes zu machen. Andere Töne. Jeder war auch anders. Ich habe keine Trompete, sondern ein Kornett, weil, wie ich angefangen habe, war ich jetzt vier und da war es mir noch zu groß. Aber das ist es auch jetzt noch. Mit der Trompete oder dem Kornett kann man ganz viel Musik machen. Ich spiele euch zum Beispiel ein Kinderlied vor. Ich schaue, ob ihr es erratet. Ich schaue, ob ihr es erratet. Ich schaue, ob ihr es erratet. body, ob ihr es erratet. Und bete es auch an Jazzinstrument. Im ersten Teil habe ich einen Fehler eingebaut. Wisst ihr aber, wo er ist und wie es richtig heißt?